Für alle, die mit dem Schiff nach Hamburg kommen oder ab Hamburg abreisen, hier ist der Cruise Terminal Altona, der Anleger. Da drüben ist der Cruise Terminal Steinwerder auf der anderen Seite der Elbe. Als Referenz seht ihr jetzt nochmal hier Blom und Voss und dann die Elbphilharmonie und die Landungsbrücken in Hamburg. Bis zum nächsten Mal.